Herzlichen Glückwunsch zu diesen drei Punkten. Sie haben ja in einer super Parade diese drei Punkte gesichert. Was ist Ihre Meinung zu der persönlichen Leistung und auch zum Spiel? Ja, es war ein hartes Spiel. Man war böse umgekämpft. Viele kleine Nichtligkeiten haben mich so im Freundschaftsturnier. Aber verdient gewonnen. Anfangs wäre das Spiel gewesen, aber dann wäre stark mit meiner Glanzparade zum Schluss noch einmal aus dem Gartenkreuz rausgeholt. Und stark gewonnen werden sie sehen. Super, gratulieren!